Es ist Ostern und natürlich wird es der Eierprank an meinen Geschwistern. Bittigen Sie auch einen Baba. Ich werde Sie fragen, ob Sie mich lieben. Wenn Sie ja sagen, bekommen Sie kein Ei auf den Kopf. Und wenn Sie sagen, dass Sie mich nicht lieben, bekommen Sie ein Ei auf den Kopf. Also würde ich sagen, let's go. Fifi, liebst du Jamule? Ja. Okay, hier. Und dann, bitte schön. Bissu, liebst du Jamule? Okay, dann hier, bitte schön. Jalal, magst du Jamo? Liebst du Jamo? Nein. Ah, okay, nein. Okay. Hier, nein. Fadja, liebst du Jamule? Okay, dann auch für dich, bitteschön. Danke. Jetzt kommt Baba. Baba, liebst du deinen Lieblingssohn Jamule? Nein. Okay. Meine Leute, ich traue mich nicht. Was? Oh, 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 oh.